Willkommen bei Zeppelin Rental Showhow. Die reversierbare Rüttelplatte CR3 ist ein dieselbetriebenes Gerät zur Verdichtung von Sand, Kies, Schotter und teilbindigem Mischmaterial. Mit der optional erhältlichen Schutzmatte kann auch Betonsteinpflaster verdichtet werden. Voraussetzung für die Bedienung der CR3 ist das Tragen von Sicherheitsschuhen, Gehörschutz und gegebenenfalls eines Helms. Sie müssen volljährig sein. Setzen Sie den Verdichter nur im freien oder gut belüfteten Räumen ein. Stellen Sie zuerst die Handführungsstange richtig ein. Danach bringen Sie zum Starten der Rüttelplatte den Gashebel auf Vollgas. Ziehen Sie den Reversierstarter am Motor bis zum Widerstand heraus und dann mit einer kräftigen Bewegung vollständig durch. Jetzt lassen Sie den Motor im Leerlauf warmlaufen. Stellen Sie anschließend den Gashebel wieder auf Vollgas. Die Vibration schaltet sich automatisch hinzu, wenn die Drehzahl hoch genug ist. Bewegen Sie die Rüttelplatte CR3 am Haltegriff. Durch Drücken des Griffes nach vorne läuft sie vorwärts. Wenn Sie den Griff zu sich ziehen, rückwärts. So können Sie die Laufrichtung stufenlos variieren von maximalem Vorlauf über Standrüttlung bis hin zum maximalem Rücklauf. Sollten Sie an Steigungen oder im Gefälle arbeiten, bleiben Sie immer auf der Bergseite des Verdichters. Zum Abschalten bringen Sie die CR3 zum Stehen und lassen Sie kurzzeitig in Leerlauf. Danach betätigen Sie den Abstellknopf, bis der Motor stoppt. Wenn die Rüttelplatte abgeschaltet ist, können Sie den Tank mit Dieselkraftstoff auffüllen. Achten Sie darauf, dass keine Schmutzpartikel in den Tank gelangen. Zur täglichen Wartung kontrollieren Sie die CR3 außerdem auf äußere Schäden und prüfen Sie den Stand des Motoröls. Sollte er zu niedrig sein, füllen Sie Motoröl mit der Spezifikation SAE 10W40 nach. Kontrollieren Sie auch den Luftfilter und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Mit dem Federriegel können Sie die Handführungsstange für den Transport senkrecht einklappen. Haben Sie Fragen zur Inbetriebnahme oder zum Gerät, rufen Sie uns an. Unter 0800 18 05 und 4 mal D8. Zeppelin Rental – Mietlösungen für jedes Projekt.